Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen. Ich habe ein bisschen Zeitdruck jetzt gerade, weil ich nur ca. 50 Minuten habe zum Aufnehmen. Ja, von eins und so, ne? Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wir fangen halt an. Oh, Leute, ernsthaft. 14 Kilometer Nacht und Regen. Wir gucken uns gerade gleich mal auf jeden Fall schnell die Strecken überhaupt an, wie viel wir haben, ob das wieder so Dinger sind. Oder ob wir dann ein bisschen entspannter fahren können. Erstmal auf jeden Fall nicht der Auftrag, wie gesagt, das schon mal heftig mit 14 Kilometer auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall nicht einfacher die Scherz noch fahren. Umfahren oder sowas. So. Das ist Australien. Also, ich dachte, wir könnten jetzt hier komplett durchswitchen. Scheinbar nicht, der Fall. Kann man doch mal gucken, wo unsere Leute arbeiten. Und los geht's. Naja, das wird definitiv alles einfach verfilmen. Bei dem Dunkeln. Aber müsst ihr zum Abschluss nochmal so ein Megadinger reinballern. Ja, war schon. Und das ist schon mal so ein Megadinger. Das ist wirklich der Fall. rechts 6 rechts halten über 80 Achtung, links 2, 60 durchsäcken, links halten über 100, rechts 6, rechts schneiden, links 4, macht zu, in rechts 3, rechts schneiden, in links 4, 80, links halten über 100, rechts 1, in rechts 4, über 100, 80 durchsäcken, ja, ist ja zwischen 14 vor, sind längst recht sechs lang nicht steigen links durch links zwei über es war mir fast klar du fährst du das tode ich habe immer wieder vier sekunden nicht nicht links Links 5, 80, Achtung, Brems, links 2, Lass, in rechts 6, Kuppel, Sänke, Kuppel, Sänke, Kuppel, Sänke, Kuppel, Sänke, Kuppel, Sänke, Kuppel, Langsprung, 80, rechts 5, Lass, Achtung, Kuppel, Langsprung, rechts 5, Rechts 5, 88, Achtung, Sänke, Kuppel, caso, Kuppel, Sänke, Kuppel,Sänke, Kuppel, Lass, in rechts 4, Links 3, Unabhängig, Kurven, Rechts 5, Entschneide, rechts 5, Senke, Rechens, Brems, Rücken, Katrommel, Grunde, Rücken, Lass, in rechts 5, Ich habe fast den Zaun gegangen geblieben. Die Brücke war aber auch knapp, ich habe mich ein bisschen angedürzt. Dunkelheit und dann so eine Strecke noch. Und dann so eine Strecke noch. Links 3, in der Kruppe. Senke, Kruppe. Rechts 5. In links 6, Langbach zu, Übergruppe. Nicht schneiden. Recht 60 durch Tor. Links 4. Und nach oben rechts 2, Übergruppe. In rechts 2. 80 durch 6, über. Geil. Und jetzt fährst du ohne Licht hier durch. Links 5, 80. Achtung, Grenzen. Keine rechts. Kuppe links 5, Durchsenke. Rechts halten, Übergruppe. Links 5, Kuppe, Kuppe, nicht schneiden. Jetzt muss ich noch mehr konzentrieren. Ich sehe nur leider nichts. Das ist das Problem. Ich kann nicht weiss nicht wohin. Links 5. Rechts 5. Achtung, Durchsenke. Links 2. In links 2, Übergruppe. Mit schneiden. In rechts 4. Durch Tor. Rechts 5. Achtung, Durchsenke. Links 2. Boah, Alter. Wie dunkel das einfach ist. Ich sehe gar nichts. Links 5. In rechts 2, land. Achtung. Rechts 5. Nicht schneiden. Achtung, Runde. Lang. Rechts 5. Nicht schneiden. Nicht schneiden. Ich nehme die Zwischenzeit aus. 17 Sekunden vor. Rechts 6. In links 5, Überspuche. 80 durch 6. Achtung, links 4, Überpuche. In links 1. Rechts halten, über Gruppe. Rechts, 4. In links, 2. Nicht schneiden. In rechts, 4. Mach auf. Rechts, 4. Nicht schneiden. In links, 3. In rechts, 4. Mach auf. Nicht schneiden. Gruppe rechts, 4. Nicht schneiden. Und Achtung, links, 2. Verhängst du die Gruppe. Rechts, 3. Innen halten. Habe ich gemerkt, dass er sich verhängt. In links, 5. Rechts, 6. Rechts halten, über Gruppe. Achtung, Gruppe links, 2. 60, durchsenken. Links halten, über Gruppe. Rechts, 6. Nicht schneiden. Vorsicht. Rechts, 2. In links, 3. Gruppe. Nicht schneiden. In rechts, 4. Rechts, 4. In links, 3. Sorry, weniger Quatsch. Ich muss sich echt übelst auf die Haare hinzutreten. Gut, dass die Straße ein bisschen heller ist als die Umgebung. Jetzt wird es aber schwieriger werden. Ich sehe nichts. Das ist scheiße so. Links, 2. 60. Nicht schneiden. Links, 3. Nicht schneiden. Links, 6. Rechts, halten, über Gruppe. Rechts, schneiden. Rechts, 2. Gruppe, 80. Links, halten, über Gruppe. 80. Rechts, 5. Rechts, 5. In links, 6. Langbahnzug, über Gruppe. Nicht schneiden. Rechts, 5. Sänke, rechts, 5. Kuppe, kehre, links. Wellen, 60. Ja, war klar. Ich muss doch drauf hören, was ich jetzt. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Links, 2. In links, 2. Lang, nicht schneiden. Achtung, Kuppe, lang, Schmuck. Rechts, 5. Rechts, 5. Achtung, durch Senke. Links, 2. In links, 2. Überpuppe, nicht schneiden, in rechts, 4, durch Tor, links, 5, in rechts, 3, überpuppe, nicht schneiden, in links, 4, in rechts, 5, durch Tor, 60, links, 5, in rechts, 4, in links, 3, überpuppe, nicht schneiden, in links, 5, links, 5, senke, links, 3, lang, nach, zu, überpuppen, 60, rechts, 5, lang, links, schneiden, Achtung, Ruppe, leicht Struf, rechts, 5, wegschneiden, 80, durchs, 0,5, rechts, 1, überpuppe, 110, durch senke, durch Tor, links, 4, Achtung, rechts, 2, überpuppe, in rechts, 2, 80, durchs, 0,5, links, 5, rechts, 3, lang, nach, auf, unter, 5, senke, rechts, 5, 80, durchs, 0,5, Gott sei Dank, Leute. Wir haben es irgendwie noch gemacht. Sorry, wenn ich weniger quatschen musste, weil, wie gesagt, wir müssten ja... Ich musste ohne Richtiger zu fahren. Das war nicht einfach. Definitiv nicht. 12 Sekunden. 9 Minuten 11 haben wir gebaut als Vorgabezeit. Aber wir haben die Aufgabe gelöst. Das geht... Oh Gott, das geht aber noch so gerade. 19 Kilometer, 12, 17... Gut, wir müssen es eben machen. Wir fahren auf jeden Fall heute längerer Tag als gestern. Morgens ist ein kürzerer Tag. Das ist klar. Gut, dann fahren wir heute mit WP2 in WP2 rein. Ja, das war schon richtig so. Moment. Was ist eineazebote Nacht? Dann ist ein kürzerer Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Auto ist nur außen beschädigt. Nichts, was die Leistung beeinträchtigt. Okay. Drei Minuten 39 gibt die Outtags. Die geht auf jeden Fall deutlich klarer. Das Licht funktioniert auch wieder. 1, 2, links 5, links 4, mach zu, nicht schneiden, in rechts 3, in links 4, mit schneiden, 60, rechts 3, 80, links 2, 60 durch Säcke, Kuppe rechts 4, rechts 3, 60, nicht schneiden, rechts 2, nicht schneiden. Links 6, rechts 5, über Kuppe, mit schneiden, rechts 2, Kuppe 80, links 5, Kuppe in Kuppe, mit schneiden, 80, durch Säcke, links 5, lang, mit schneiden, 80, Achtung, Grenzen, links 2, lang. In rechts 6, rechts 2, lang, mit schneiden, Achtung, Kuppe, mit schneiden, rechts 5, rechts 5, senken, Bälle drücken, 100 durch Säcke, in Kuppe, lang, mit schneiden, links 4, und Achtung, links 2, ich scheine aber gerade fies. Das war so schnell, ich bin gewinnt worden. Haha. Ei, hau ab, Mann. Alles gewinnt, bisschen Gas. Ach, Getriebe. Ich brauche Getriebe. Ich habe Automatik. Oder Automatik, aber ich halte, brauche ich nicht. Nicht schneiden, rechts 5, 60, rechts 5, 80, durch Säcke, links 2, in links 2, durch Säcke, in rechts 4, Kuppe, senke, rechts 3, durch Kuppe, 80, durch Säcke, Kuppe, senke, Bälle, 100 durch Säcke, in Kuppe, gleiches Sprung, 52, Säcke, rechts 5, Kuppe, kehre links, Bälle, 60. Rechts 5, lang, nicht schneiden, Achtung, Kuppe, gleiches Sprung, rechts 5, nicht schneiden, links 5, in rechts 4, in links 3, über Kuppe, nicht schneiden, in rechts 5, durch Tor, links 4, und Achtung, rechts 2, über Kuppe, in rechts 2, nicht schneiden, 80, durch Säcke, links 5, 60, rechts 5, Kuppe, in links 6, in links 5, über Kuppe, 80, durch Säcke, 80, Kuppe, rechts 4, nicht schneiden, Achtung, links 2, verengt sich Kuppe, rechts 3, innerhalb, nicht schneiden, in links 5, rechts 6, links 4, macht zu, in rechts 3, nicht schneiden, in links 4, 60, rechts 3, 60, nicht schneiden, rechts 2, nicht schneiden, links 2, Da kann ich auch mal so ein 12, mit da rein, und dann haben wir morgen wieder den kurzen Tag zu fahren. Rechts 4, nicht schneiden, in links 3, in rechts 4, macht auf, nicht schneiden, Achtung, links 3, verengt sich, bis Ziel. Okay, bring es zum Beispiel. Sehr schön. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. So, dann haben wir das Rett Nummer 2 erledigt, 4P2 auch durch, und wir bleiben auf 1 stehen, das ist das Gute. So, jetzt haben wir nochmal 12 Kilometer, und dann ist es morgen deutlich kürzer, dann bin ich froh, dass wir durch sind. Puh, also es ist nicht alles einfach, definitiv nicht, aber wir machen da schon was Beste draus. 12 Kilometer gibt er uns jetzt gerade vor. Ja, wahrscheinlich so eine Zeit von 8, 9 Minuten, die er uns gibt. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung. Na, 7 Minuten, 440, doch noch so lange. Ja, 8 Minuten, das ist gut, aber ich versuche noch 7 zu fahren, nehmt mir super. Naja, wir tun das Beste, das ist einfach, wir gewinnen das Ding, komm. Los, links 5, nicht schneiden, 60, links halb, über Kuppe, Vorsicht, rechts 1, in rechts 4, über Kuppe. Achtung, links 4, über Kuppe, in links 1, rechts halb, über Kuppe, links 4, Kuppe. 60 durch senken, rechts 2, 80, nicht schneiden, Kuppe links, 3, links 4, macht zu, nicht schneiden, in rechts 3. In links 4, nicht schneiden, links 4, nicht schneiden, links 6, rechts halb, über Kuppe, rechts schneiden, rechts 2, über Kuppe, links halb, über Kuppe, 80, rechts 4, nicht schneiden, in links 3. In links 4, nicht schneiden, links 4, nicht schneiden, links 4, nicht schneiden. In rechts 3, nicht schneiden, in links 4, 60, links 3. Oh, er muss hier nicht weg. Oder einer mit dem kapitalen Mutterschaden, der hier irgendwo steht. Aber das ist nicht angekündigt. Links drei, links drei, nicht schneiden. In Kuppel, rechts drei. In links zwei. Kuppel, rechts vier. Kuppel, rechts vier. Sechs Sekunden, Hefe. Was, Alter? Links zwei, verhängt sich Kuppel. Ja, ist okay. Wir sind durch. Das war's. Und Achtung, links zwei, verhängt sich Kuppel. Oh, nochmal Zeit, schaffe ich daher, damit es wirklich wehtut. So, haben wir jetzt 37 Sekunden alleine nach dem Sektor verloren. Kuppel, links drei. Achtung, links drei, rechts sieben. In rechts vier, macht Aufnahmen. Achtzig durchsenken. Links fünf, rechts schneiden, sechzig. Links halten, über Kuppel, hoch rechts eins. Ja, war aber nicht tragisch, wenn wir da ein bisschen was verlieren würden. Ich denke, der Hauptschaden sollte groß genug zu sein, halt auch so ein Astenrennen. In rechts vier, macht Aufnahmen. Nicht schneiden, Achtzig durchsenken. Links fünf, sechzig. Links sechs, rechts halten, über Kuppel. Nicht schneiden, rechts zwei, Kuppel, achzig. Links halten, über Kuppel, achzig. Links vier, macht zu, nicht schneiden. In rechts drei. In links vier, nicht schneiden, achzig. Mittig halten, über Kuppel. Achtzig kunden gewonnen. Jetzt noch mal ein bisschen was aufräumen, kann man das irgendwie gut auch rocken. Aber wir müssen die jetzt echt uns dran halten. Ich will dürfen nicht verlieren mehr. Achtzig kunden gewonnen. Achtzig kunden gewonnen. Achtzig kunden gewonnen. Achtzig kunden gewonnen. Achtzig durchsenken. Links zwei, in links zwei, über Kuppel. Nicht schneiden, in rechts vier, sechzig. Achtung, Grenzen, Händen, kehre rechts. Kuppel links fünf, durchsenken. Rechts halten, über Kuppel. Links fünf, in rechts drei, über Kuppel. In links vier. In rechts fünf, sechzig. Durchturm, Kuppel, senken. Rechts drei, über Kuppel. Achtzig durchsenken. Kuppel. Durchturm, links vier. Und Achtung, rechts zwei, über Kuppel. In rechts zwei. Achtzig durchsenken. Links fünf. Ja, so Dinge dürfen wir uns heute nicht erlauben. Durchsenken, Kuppel in rechts, halten, über Kuppel. Und auf zehn, durchsenken. Und wende, über Kuppel, 130. Rechts sechs, in links fünf, über Kuppel. Achtzig durchsenken, achzig. Links drei. In rechts drei, nicht steigen. In links zwei. Rechts drei, 60. Nicht steigen. Rechts zwei, nicht steigen. Links vier, macht zu. Nicht steigen. In rechts drei. Und wenn man neun Sekunden hinterher bekommen, dann würde ich diesen Fehler der Halt durchführen. Ja, das Ding kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht mehr. Er hat 32 Sekunden. Er hat 23 Sekunden. Ich hab die jetzt runtergefahren, aber dann... So muss ich hin. So, sie bessert sich, aber es wird schwierig werden. Und auf zehn, über Kuppel, 80, durchsenken. Vorhin, Kuppel, rechts fünf, in links sechs, runter. Rechts fünf, landen. Achtung, Kuppel, leicht Sprung, rechts fünf, 60. Rechts fünf, landen, nicht steigen. Achtung, Kuppel, leicht Sprung, rechts fünf, nicht steigen. Links vier. Und Achtung, rechts zwei, über Kuppel. In rechts zwei, dicht steigen, 80, durchsenken. Links fünf, 80. Achtung, rechts, links zwei, landen. In rechts sechs. Links fünf. Rechts sechs, lang über Kuppel. Links fünf. Durch Tor, Kuppel, senken. Rechts drei, über Kuppel. Achtung, 80, durchsenken. Kuppel, links fünf, senken. Links drei, landen, macht zu, über Kuppel. Links fünf. In rechts vier. In links drei, über Kuppel, nicht steigen. In rechts fünf, durch Tor. Rechts drei, landen, macht auf Kuppel. Senken, rechts fünf. Rechts halb, über Kuppel, 80. Das war mir fast klar, du lebst, ich denke, es um Heck geht. Wo musst du auch mal mit dem, äh, muss noch mal da raus. Kuppel, links zwei. Sechzig durchsenken. Naja, hat er was gegessen. Katastrophe. Katastrophen, noch ne, äh, renniert. Hier, links drei, links drei, in rechts vier, nach Haus. Link steigen, rechts drei, achtzig. Links zwei. Sechzig durchsenken. Kuppel, rechts vier. Links vier, macht zu. In rechts drei, nicht steigen. In links vier, sechzig. Rechts drei, sechzig. Nicht steigen. Rechts zwei, nicht steigen. Achtung, links vier, über Kuppel. In links, eins. Rechts, rechts, über Kuppel. Links halten, über Kuppel. Runter, durch Senke. Mittig halten, über Kuppel. Achtzig, durch Senke. Rund, Kuppel, rechts, fünf. In links, sechs, zwei, fünfzig. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marschall. 30 Sekunden rüber, Platz 8 nur. Gut gemacht, wir sind fertig. Die Streckenzeit wurde bestätigt. Naja. Kürzke, sofe. Aber wir sind zumindest immer noch Erster. Das ist erstmal das Wichtigste. Gut, das war Tag 1 aus Australien. Wir sehen uns morgen wieder, dann um 14 Uhr wieder zum Abschluss der Woche. Und dann haben wir noch relativ kurz zu retten. Bis dahin und tschüss.